Und ich sehe das gerade als so kleine energetische Quelle der Liebe, die ich irgendwie rausschicken möchte. Weil so viele Menschen gerade in Angst sind. Und Angst ist eine der schlimmsten Energien, die wir spüren können und die schlimmsten Emotionen, weil sie uns so steig macht und so eng, weil sie uns lähmt. Weil wir immer selber denken, weil wir immer spüren, weil wir uns etwas verlieren. Und wir sind gerade so ferngesteuert von Angst. Das einzige Gegenmittel ist einfach ins Vertrauen zu gehen und in die Liebe. Und das ist einfach heute so ein kleiner energetischer Pool, der ausspringen möge. Ich bin nicht die Einzige, der so denkt, das ist das Gute. Wir schicken unsere Sex, Liebesenergie in die Welt und das Vertrauen, dass eigentlich alles gut ist.